Ich bin auf dem Weg. Ja. Ja, ist auf dem Weg. Kannst du ihn nur um Stunden handeln, bis er eintrifft. Ja, die Kackausdauer. Ja, ich bin gerade falsch gelaufen. Warte mal, wo muss ich denn hier hin? Ah, da unten. Bin da. Yay. Können wir starten? Von mir aus? Gelootet ist es draus, ja. Geht's jetzt nicht. Aha, 16.37 Uhr, da wir erst. Naja, ist doch gleich. Geil. Ja, ich habe hier noch Mais gesehen, den baue ich gerade noch ab. Und Kartoffeln, auch geil. Ach, ist das geil. Das ist ja Paradies hier. Geht dir jetzt auch einer ab ohne Susi? Ja, bei Kartoffeln auf jeden Fall. Junge, weil es nicht richtig mit dir, hallo. Also, also kann ich mir gut vorstellen, der kauft sich irgendwann mal die großen Kartoffeln, bohrt ein Loch rein und dann... Jawohl, auf jeden Fall. Rein in die Kartoffel. Die Salami tippt er dann rein. Scheiße, ich hätte mich vielleicht auch leer machen können. Die Frage ist auch, welche? Tja, das wollen wir gar nicht so genau wissen. Kannst du schon? Ja. 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 Ich will es nicht wissen. Ach komm, du klingst ziemlich unentschlossen. Hm, hm. Ich will das gar nicht hören. War schon sexy. Jetzt weiß ich, warum er da so... Ah, okay. Ah, schon sexy. Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. Doch, doch. Kann man mit arbeiten, doch. Kann man. Kann man. Also, Doreen hat wieder gelügt. Wieso? Die ist nicht raus, weil sie müde ist, sondern weil ihr Kerr gleich aufsteht und dann gibt's wieder Ärger. Echt jetzt? Ja, hat sie mir grad geschrieben. Wieso gibt's dann Ärger? Weil das sehr merkwürdig ist. Alter, mit welchen Leuten sind die anderen Leute zusammen? Du fragst sie. Das wär mir doch scheißegal, ob's denen passen wird oder nicht. Ja, wenn ich nicht los müsste, meine Alte müsste zur Arbeit, dann soll sie gehen. Was meinst du, hat mich das juckt? So sieht's aus. Ja, wenn dir das nicht passt, soll sie ihre Klamotten packen und sich verpissen. Ganz einfach. Echt so? Was hat mich das juckt? Die machen immer so ein Hack-Mack, die Leute. Jetzt dreht doch nur die Hilfe bei. Ja. So, ich geh diesmal von oben rein. Oh, ich würd grad sagen, wir können doch schon annehmen. Aber ja, hast du da doch. Oh, das war die Schädeldecke, würd ich sagen. Ah, beseitigen, okay. Ja, komm her, egal wo du bist. Ach, wir haben hier oben euren Spaß. Jo. Achso, ladet ihr mich um einen? Wär ganz nett, oder habt ihr schon? Äh, warte. Äh. Jetzt hab ich dich. Merci. Wer macht denn hier schon alles zu klein, jetzt? Du. Ich nö. Ah, fünf Kochbücher, geil. Alter, ich brauch noch vier Kochbücher. Dann bin ich voll. Voll besoffen, oder voll voll? Voll voll, das ist der Hammer. Dann brauch ich kein einziges Kochbuch mehr. Und ich hab nochmal zwei gefunden, geil. Wie viel Glück hast du bitte? Wie geil. Alter, ich feier's. Der pietest. Ich hab denn hier irgendwo die... Ja, ist ja klar, der ist ja mit Tamara unterwegs. Das ist ja kein Wunder dann. Äh. Soll das schon wieder heißen? Ja, hier ist alles leer. Hier waren doch schon gewinnen. Äh, Cheato ist ja auch. Cheato gar nicht. Klar. Äh. Irgendeinen, hör ich doch hier. Cheato ist jetzt die Tode. Wo ist denn der Typ? Pum. Ah, du bist über uns. Du hast den ganzen Spaß, Adalene. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Die Leiter hoch. Ja, oder die Treppe hoch. Wir haben die Idee. Gut. Wo sind denn hier noch Leute? Ich hab da nur noch eh'n Kochbuch. Oh, geil. Kannst du das mal grad hinschmeißen? Äh, danke. Ja, wir gehen mit deinen Bubis. Woo. Hell yeah. Tamara, hast du auch zufällig noch ein Kochbuch? Hatte. Nein. Äh, schade. Mir fehlt doch kein... Holgung. Ein scheiß Kochbuch fehlt mir noch. Holgung. Ne, ist alles gut. Kann ich doch nix dafür. Vielleicht gibt's oben auf dem Dachboden, ja, eins. Boah, das wär der Hammer. Wo ist denn der? Oh, du. Perfekt. Aufgabe erledigt. Perfektos. Da war auch kein Kochbuch drin. Ich glaube, wir müssen den Blutmond leider nochmal verschieben, glaube ich. Warum? Wir haben jetzt schon Tag 23. Wir werden locker noch bis 25 oder so hier sein. Und bei 28 geht es ja schon wieder los. Wir können mal den Endblutmond in der Dings machen, oder? In der Space, wo das Zeiss gemacht hat. Ja, das muss ja erstmal wieder repariert werden, alles, was da weg ist. Dann setzt sie ihn, wenn das Server neu startet, setzt sie ihn auf Dingsbooms auf 36. Ja, das müsste reichen dann. 35. Ja, 35, ja. Ich habe noch ein Buch für dich, Zardox. Ja, ich komme gleich mal kurz. Ich brauche nämlich... Was brauche ich denn? Wäre ich nicht. Ich weiß ja gerade auch nicht. Holz brauche ich. Ach, Holz habe ich doch hier. Ich habe doch hier Bäume. Oh, ich habe gerade so Bock, dieses Scheißhaus zu bauen. Das sieht noch nach nichts aus, ne? Aber in meinem Kopf ist das schon fertig. Okay. Gut, auf zum Händler. Jetzt könnte der Händler mal ein Kochbuch gehen. Da hätte ich nichts dagegen. Ja, hier würde auch einiges an Lehm zu rankommen. Verpiss dich von meinem Grundstück, du Fotze. Ich schieße dich hier direkt in deine schäppigen Drecksschäge. Komm ran. Du bist nicht Susi, verpiss dich hier. Was soll ich denn direkt meine Axt, du hässlichen? Nicht Susi, verpiss dich. Geil. Der wird aber in der Aggressie hier. Gute Nacht, du hässlichen Mistvieh. Gute Nacht, du hässlichen Mistvieh. Pull through. But you did. So here you go. All right. So here you go. So here you go. So here you go. Oh, cool. So here you go. What about you? What about you do? So here you go. Well, let's go. Interested in a gig? Are you out of your mind? The dead? We got time to do some. Okay, we have a deal. Come back and go. What? Ach, it's so sad that there is still a book. Yeah, we will find it in the next 3 weeks. I can't wait to wait. I'm so ungodly. Oh, this is what I'm going to do. Oh, yeah. Okay, the door is just eklig. I have to do some stuff. 7x do it a gig. Oh, geil. 7x, warte mal. 7x, yeah, yeah. Also, that Erntewerkzeuge thing is 7x, ne? I believe that it's a gig. Forge Ahead have 2x. Medication have 2x. Geil. Sollte that so sein, then... Ne, I believe that I have to do it. Auf jeden Fall get I then Stahlwerkzeuge on Stufe 3, I believe I. Stimmt. Get hammered, I have to swimmer. Get hammered. Oh, we have a little bit of loot. I'll just go ahead and get hammered. Oh, we have a little bit of loot. ah! Eh? Ugh, oh... No! Where are you children? Stop! �� Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Komm schon, öffne dich mir! Danke! Oh, da bin ich schon nochmal so voll! Ach, scheiße, was mache ich denn? Jetzt fahre ich immer hier hinten in die Richtung, wo ich zu den scheiß Händler muss. Soll ich denn wieder zurückfahren? So doof. Oh, nee, ist es ja gar nicht. Nee, da muss ich ja gar nicht hin. Ach nee, weil du dort in der Nähe bist, Zadok, oder? Oder? Ich hab da irgendwie... Bitte? Ja, du bist bei mir in der Nähe, ja, ja. Ich hab hier irgendwie eine Markierung. Einen Kilometer entfernt, aber was ist das? Bestimmt dieses Handelsruten-Ding von mir. Ja, das könnte sein, das ist der Händler, der hinten sagt, den hab ich ja schon. Ja, aber ich nicht. Ich muss jetzt da hin. Das ist der bestimmt. Das könnte sein, ja. Nee, das ist in die andere Richtung. Aber ist das vielleicht noch meiner, den ich mir da gesetzt hab? Infern ist denn so ein scheiß Weg? Gar nicht. Machen wir es einfach so. So, einfach deaktivieren, okay. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Jetzt bist du schon auf dem Weg. Jetzt wieder umdrehen. Nee, du kannst doch dort vielleicht ein bisschen was looten. Ach, kalt. Du musst jetzt halt aber halt warten, wenn du früh um sechs. Das macht ja nix. Sterben geht auch da. Mh, mh. Doch, doch. Mh, mh. das weiß ich dir wie gut das geht so verboten so ist dann wo steht das das weißt du ganz genau wo steht das weißt du ganz genau er ist so nah doch so fern naja da bauen wir hier mal bei der auto ist ab in der zeit naja so militärdwachs und so die geben eigentlich immer gut zeug jetzt mach es mir mal spaß danke ja Okay. Aha! Du hast dich selber umgebracht, du Winikou! Du hast über mein Fahrrad gestolpert und jetzt bist du futzt! Du hast nicht erwartet oder? Das war's für heute. 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 Alles aufgewertet und angemalt wird. Oh mein Gott. Das ist eine krasse Hood. Ich bin in der Hood, Junge. Er ist selbst verliebt. Ja, du hast dein Haus ja gestern gesehen, nochmal. Ich hab dir das ja noch gezeigt, Tamara. Ja, genau. Das baue ich ja gerade nach. Das denke ich mir doch wohl, dass es das ist. Ich muss gleich mal gucken, was du da baust. Ich glaube, wie gesagt, Materialien fehlen halt noch, aber ich versuche erstmal den Grundgerüst so ein bisschen, also wenigstens den Anfang schon mal ein bisschen zu machen. Ich gehe gleich mal gucken. Aber erstmal muss ich auf den blöden Händler warten. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Okay.